Ehm... Meinen halt Leimer ja noch, oder? Ja... Wobei, mein Mann eigentlich natürlich ist es noch mal schön hoch. Wir machen mal aber dort, das ist das Problem. Man kann ja nichts hinlegen. Ja... Ja, dann wird das gleich aus, dann leider. Ja, ich mach jetzt das noch mal. Ich mach Baggerraum. Warte mal, wie komm ich in den Baggerraum? Achtig? Achtig? Kann nicht. Da eigentlich schon, aber das willst du nicht. Du willst ne Öffi. Nein, willst du explodieren wieder? Ich bin grad drin, ich hab's hintere... Und das Baggerraum ist da innen drin, oder? Wo innen? Ja, genau. Da kannst du irgendwo dir abscheißen. Zwei dir sogar. So, mal schau, da stellst du so... Bist du noch drum, du musst ein bisschen weiter weg. Ah, da ist ein Tier. Genau, abscheißen. Kann ich abscheißen? Ja, genau. Nix aus, ich gehe. Tier frei. Ich mach trotzdem noch mal mehr. Jetzt mal vorbeischauen. Angst machen. Dann den Baggerraum oben absichern. Dann den Baggerraum oben absichern. Ja, ich muss... Ich muss... Ich muss den Bagger selber... jetzt machen. Bagger selber können... Fuck! Was? Da ist einmal eine Mine eingegrennt im explodierenden Raum. Wenn der Bagger selber ist, dann wendet der auch wieder. Ich meine, der auch wieder genau. Du kannst den Rinde bloß links und rechts einen Mini hier legen und hoffa das soll nicht hier greifen. Aber ich mach selber bloß eh, dass ich den ohne Eingang da den links verdiene. Der ist ja so ein Tier. Den? Ja. Oder wo? Weil das... Boah! Ach! Das ist mein Hohl! Oder? Nein! Das ist doch mein Hohl! Schauen wir mal, ob ich es schau. Ich sehe! Ich glaube nicht. Nein, ich schaff's auch nicht. Aber wo schießen können wir's? Ja. Für eine Männchen! Ja! Ja, mir geht's gut! Was ist denn hier? Ja, die Kassmaske! Ja, mir geht's gut! Ach so, ich hätte es nämlich gehabt. Ja. Und rend das noch nicht? Das ist also so gezeigt worden. Du hast ja jetzt wohl den verloren. Ja, ich mach es jetzt kurz genau den Raum. Bitt er mir unten! Das ist egal! stehlen wer es ist wenn es so ist es als ein bacher und es geht so neben dem bacher aus neid und dann zu ziehen wir haben uns erinnert erinnert es ist sich bei einer stelle schlusser gas reise Ja, da ist natürlich der Gasmus ein Geschlechter, aber ich glaube, der kann man wohl nicht rechtzeitig heissitzen. Ja, ja. Da kann ich nicht probieren, das ist ein Bagger. Und sie gewusst haben können. Da hinten wir uns gerade erst durch. Da hinten? Ja. Und nicht hier hoch können. Da läuft's nicht. Ja. Hast du irgendwas einiglich beim Baggerraum? Also in dem du's abgeschossen hast? Ja. Zwei. Okay, dann schau ich, ich bin schon im Baggerraum. Ah, ich würde auch das Licht einschalten. So, kann man das Licht einschalten? Ja. Im Baggerraum? Ja. Ah, das sind alle. Doch. Im Explodieren? Ja, das ist im Baggerraum. Ja. Da wär er auch geschossen hat. Ja. Vielleicht bin dran. Ja, okay. Gehnein dir die Arbeit. Gehs, wann er steht. Gleich schießen! Ach, der... Sonne in der Hand. Der ist ja der Alarm gekommen. Ja, der hat gekackt und war noch die... Ist ja nicht mehr die Laserstrahlen angegangen oder so. Hat der jetzt bei Ihnen entschärft, der Gerüttel? Der kann ja vorbeigegangen sein. Vielleicht hat er gar nicht genug. Der ist weg. Der ist auch weg. Ich richte aber Gift, meine hier. So schaut sie aus. Leereuuua. Leereuuhm. Ok. Ist da eigentlich auch irgendwer. Medikate? So, jetzt muss er wieder. Ich glaube, übermacht immer wieder. Je ne? Closed? Ach, okay? Ein Alarm, ja, schaut doch ein Bankenraum aus, der Alarm. Was ist die Richtung? Mir ist gar nichts los. Wir wollen schon bei dem Raum nicht. Welchen? Expezifenden. So. Sind es wohl noch zwei Ziele? Hey, wer kommt mir noch jetzt dahint? Ja, da ist... Du hast nicht Geld angehaut, okay? Wo war denn? Keine Ahnung. Mini halt. Dann hast du noch schauen, wo ich Mini verhäte. Na okay, ich mein, ich hab jetzt jetzt... Was ist der Geil? Ich könnte aber noch kein Geld benutzen. Na ja, wenn man das gut geheimt. Ja, das ist mein Hauptsache, wenn ich hier auch gar keine. Ich bin schon da drin, oder die ganze Zeit am anderen? Irgendwo bei mir ist er mir. Na, bei mir her, ich weiß. Ich glaube, ich muss ihn hinholen. Fakt nicht besser. Dir geht's. Das Korridor ist. Alarm wird gehackt. Irgendwas wird gehackt. Ja, das ist wieder das Baggerraum. Explodierende da auch hinten. Nein, das ist Baggerraum. Hä? Baggerraum, das... Äh... Nein! Das ist Baggerraum! Ach, ist das für dich der explodierende Raum, oder was? Wenn erster kommt, dann habe ich ihn. Oder nicht? Wer ist denn da drin? Da ist er da drin. Komm, eine. Oder kommt er aus. Hören Sie, Gruppel. Ich bin am Eingang. Der kommt dann weg. Ich bin in erster Linie oben. Wenn er da drin ist... Wenn er ist, dann ist er da drüber. Ah! was er nicht hat er geteilt, also ist er scheinbar der Rassen ja, bei mir sein fast, fast nicht also, warte mal, ist das für dich der explodierende Raum? na, also da hinten, was ist denn da? ja, das ist für mich, äh, Baggerraum, ähm... das eingestürzte Baggerraum offen oder so genau, das explodierende Raum ist da oben, oder? nein, das explodierende Raum ist der Raum, der komplett explodiert, wenn es zerfassend in Luft jagst keine Ahnung, der, äh... der, wo jetzt gerade gekackt wird ja, ich komm mal mit zu dir, am jeden Fall, wo der ist damit ich auch nicht weiß schaff mir das nach aber da ist jetzt eh schon alles eingeschüßt, also da kommt man ganz schnell eh nicht hinten genau, das ist... der explodierende Raum, also der ist jetzt schon explodiert das heißt, Baggerraum sind jetzt noch zwei Ziele und da hier drin ist noch das obere also gehst du am besten Baggerraum siehst du denn du? ja ja der wird wahrscheinlich da hinten irgendwo ein Lüftungsschacht rausgekommen der ist irgendwo links an der... hinterher war der Lüftungsschacht ich komm gerade da auch nicht mehr raus, ich weiß jetzt nicht mehr nicht mehr an deine Sicht so, wo warnts jetzt da schon wieder... jetzt hängt er schon wieder irgendwo auf, da kommen wir jetzt schon wieder eine beide da mach ich, da die geilen äh... na, warte, na, nicht deine, nicht deine da hinten und dann links da ist da, da... da ist es auch ja, reden wir einfach hinterher ja, von da hinten bin ich gekommen, aber da ist es jetzt nicht mehr durchgekommen ja ja ja, das ist ziemlich schwierig da durchzukommen das schafft er es nicht ja, bitte mal, da steht ja die ganze Zeit im Alarm drin welcher ist denn das? da hinten ist einer ja, ok, ich bleib jetzt da in der Nähe dann kann ich schnell zum Baggerraum gehen und du gehst in den Baggerraum und... wenn, Baggerraum, da komm ich jetzt dahinter... links... rechts... da ist Korridor ja, da ist Baggerraum da rechts schausten Bagger ne, warte mal, bin ich da so gezeugt rechts... doch, ein Fick rein ja, 16 Sekunden, da schafft er nichts mehr da fahren wir, weil der unten ist ja so soll das gemacht werden und ich habe immer noch eine Menge Zeit um nach Vegas zu kommen so machen wir jetzt mal äh China Tower das ist das jetzt gerne mal mit dir mal damit du wirst wo die ganzen Riege sind wie versteckten ich kenne die Riege alle schon ey warst du auch wenn man Ase kommt? wo Ase? wo Ase? Ache Ase Ase meinst du da war die zwei wo Ase? wenn du da unten bist da warst du im Zauner und in das Dampfbaut dem Siegelt da kannst du wenn du gerade ausrennst kannst du Ase springen kannst du hinten rein ja ja das weiß ich schon das bringt aber glaube ich nix ja du kommst da unten runter ja da kannst du Stockware kannst wechseln aber das ist glaube ich schon alles ja da kannst du im Sauneraum kannst du da unten umeinander rein also unter den Holzfassaden weil du auch viel Geld kannst ja das ist wahr ja da ja da ähm also TeamChange ja aber 200 ist schon ein viertes Level hm welch Wart? zu kurz oder zu lang? zu lang also zu kurz für uns ja jetzt wenn wir eine vier Ziele hacken nicht bloß drei jetzt gibt es ja so viel gibt es sechs Ziele warte mal eins zwei drei vier oben drei unten drei sechs nein gib mir unten die Halle dann das Ding die Halle ist kein Ziel das macht bloß die Türen auf ach so das hat dazu nicht entstanden okay ja 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 ja